Oh mein Gott, sie sind stark! Pssst, kleiner... Wie ist das möglich? Verdammt, wie kann das möglich sein? Kein Grund zur Sorge... ...den künstlichen Erinnerungsfeed. Kann er gerettet werden? Es wird schon alles! Das gefährdet die Tötungsavitierung. Du wirst mir noch Freude bereiten, mein Sohn. Gut, wir müssen den Schaden begrenzen. Zurück zur Version 5. Wiederverwenden, soweit möglich, den Rest. Ich will wissen, wer sie dazu gebracht hat. Wie konntest du so tief ins Klo greifen, Kilo? Was ist mit dir passiert? Bereit machen zum Ausrück! Zu dir! Hey, Moment! Nein! Bewego! Bewego! Und da bin ich wieder für euch. Q3 Cloud mit The Art of Gaming. Hier in Syndikat 212. Wo ich jetzt bin, in einer Erinnerung von Kilo. Und... Das ist ein Apartment. Position! Schuss! Das war's. Feind der Booth. Nur ist es nicht die Erinnerung von Kilo. Wir kümmern uns um dich. Wäre doch zu schade um solche exzellenten Gene, hm? Der kleine Junge. Das ist Kilo. Wir sollten ihn als Kind unbekannten Wohnsitzes eintragen und zu Human Resources bringen. Und dann geht's los. Du wirst mir noch Freude bereiten, mein Sohn. Nur wer ich hier war... Kernfunktionen wiederhergestellt. Schiffsysteme online. Das ist ne gute Frage. Vielleicht war's Merit. Und wieder zurück im Eurocorp Gebäude. Nach der... Explosion und der Begegnung mit Lily... Oh, ich kann hier F drücken schon. Geh los. Keine Chance, Junge. Keine Chance. Das ist mal cool gemacht. Diese... Bewegungs... Unschärfe. Wenn ich mich nicht bewege, zentriert sich's. Und wenn ich mich bewege und rumgucke... Irrrr. Das funktioniert mal wieder gar nichts. Hier werden die Agenten gezüchtet. Wie das wie ein Minority Report. Sobald Calico zurück ist, steigt er dir in dein hübsches Köpfchen und holt alles raus, was wir brauchen. Aber dein Chip macht ihn nervös. Ich hab versprochen, ihn aufzuweichen. Was ist das okay? Oder? Was wird da etwas compartir? Ich muss es die Ventureії mit verstehen. Ich wird es wie ein kleinerıntischer Körperarmangangangangang graduate. Ohh... Jetzt alles gutem Wetter... Das ist intelligence- gepfockelt. Übersetigkeit. Ich mach das. Dann wird sie quält, die Kleine. Wollen wir mal. Hier, die fangen mit Babys an. Hier, da, 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 da. Voll krass. Geil. Felsig. Können wir auch nicht renn gehen, doch. Was willst du? Was suchst du hier? Bist du gekommen, mich zu töten? Ich bin gekommen, um dich zu holen. Das war einmal Senseschleifen, äh, macht 9.30. Fallen hier keine Security, nichts, gar nichts. Ein bisschen komisch. Da gab's doch irgendwo noch so'n Typ in nem Kontrollraum, der hier den, der, die Handzeichen, da war ich noch mit. Naja. Das wollte ich nicht. Hauptsache raus, ja. Also sind keine Grafikfehler, das ist extra so. Aber das war wohl töricht. Danhams Leute haben dir künstliche Erinnerungen eingebaut, deine Vergangenheit umgeschrieben, dein ganzes Leben. So geht jedem Agent, dir, Merit, allen. Ich dachte, du solltest die Wahrheit erfahren. Danham nahm dir einst das Leben. Willst du ihm das nochmal gestatten? Es heißt er oder wir. So ne Scheiße, also hatte ich doch kein rotes Fahrrad. Und ein Pony auch nicht. Na, so ne Pleite. Ja, hau mir mal meine vollen Upgrades rein, Schätzerlein. Der Vitruvianer kann dich wieder herstellen, Kilo. Keine Security, nix los hier. Kletter hoch zu ihm. Funktioniert alles automatisch. Perfekt für Einheitsschulgröße. Klick klack. Tu es. Kletter hochz. Kletter hochz. Kletter hochz. Kletter hochz. Prozent 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 perfekt das ganze Neuronetz erst mal wieder Vordermann gebracht nächster Upgrade Fehlfeuer Nee Oder Ach hier, ich nehme das Energiegewinnung Dann kann ich wenigstens noch ein bisschen ruppen mit den anderen Daten Ah, und hier ist es schon 12,5 Prozent Gesundheitsbonus Fallen Ja Ja Ich bin wieder fit Los, jetzt gehen wir Da ist Miles Miles Oh Gott Hallo Leli Badass Und Propaganda Ah Okay Okay Ja 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 Ja